Hallo, da sind wir wieder. Heute sind wir bei Brandklasse F, Fettit. Fettit darf man auf keinen Fall mit Wasser löschen, falls es doch mal so weit ist, dass in der Küche Fett in der Bratpfanne sich erhitzt und brennt, Deckel drauf machen. Wir zeigen euch gleich mal einen Versuch, was passiert, wenn man Fett mit Wasser löscht. Das war Brandklasse F. Ich hoffe, es hat euch gefallen.